ja hallöchen und herzlich willkommen hier zurück auf skyliefernsehen und co und wir sind immer noch bei superchargers kapitel 49 und beim nächsten part wir sind ja aus dem superchargers tor hier rausgekommen und jetzt müssen wir mal hier weitermachen und dann muss ich wohl darüber muss er wieder zurückladen nicht an denen dann nehmen vielleicht wer rüberspringen testen das geht nicht weil er schießt das schon mehr jemand das ist eindeutig zu weit okay ja aber wie komme ich jetzt darüber ich habe nicht alle felder hier war dann wie geht es denn da ich habe nur ein paar felder der dann im mittelraum wacken tun kann ich noch nehmen okay den habe ich noch nicht so ganz wahrgenommen gehabt so ja der funktioniert jetzt muss ich darüber die schießdinger hier weg ja und schick ausgewiesen und es ist gleich ein ding auf die zwölf hier wird es gehört ja und die gehen auch super platt gemacht das ist ja ganz ordentlich gewesen sondern manchmal die kisten hier platz so okay wir müssen was anderes platt machen ja das machen wir doch denn habe hier diese wirbel die biester hier das ist ja wichtig dass man offensichtlich zu wirbeln hier wir schon wieder schießdinger schon wieder hier aber den da genau den will ich haben den da drüben auch die missdinger hier die krücken die nerven mich hier so kann ich machen wenn du es gerne möchtest was sollt ihr denn hier von mir so kristen ding auf dem deckel hier ganz abkauen tschüss gehen wir mal einen kuchen wackelpudding hinterher so die p-punkte brauche ich einen mitnehmen stufe 20 hier unverschämter weise so ich halte mir aus jetzt aber trotzdem sollte man ja so anfangen wie ich gar nicht anfangen so jetzt muss ich hier rauf und da geht es ja da geht es ab zu chaos wieder mal schicke männer bude schönes ambiente bis auf die lavalampe die schauen mich gerade zu schräg von der seite nein nein das ist die finsternis gut werfen wir die rissmaschine an und schicken sie dahin zurück wo sie her kamen ihr seid zu spät sky narren der kataklysmische megas ist fast komplett laut chaos bitte tu das nicht pardonne moi enchiladas ja sei still imaginäre ich habe mich entschieden nun seid bereit ihr alles für das ultimativste ultimative schicksal durch den obersten imperator chaos finsterer herrscher des universums los chaos zeige diesen narren die wahre macht der finsternis ja 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 ich mach das mit dabei chaos chaos schenkt ach sie konnten ganz vergessen ja dann wollen wir mal den chaos mal in den arsch schütten wie sie es gehört die schwindel ist ja so schnell der hält dann endlich viel aus mir wird die zu langsam wo ist die krone da so ok ok hm 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 nochmal hm flick hm hm So, oh, ja. aber wir haben schon über die hälfte haben von dem schon runter jetzt kommen wir die doppelkäse oder vierfach oder fünffach da ist er ja zack zack einfach wieder wachsen ganz einfach das ding abgebrochen du ertäuscht mich los chaos rufe die gefallte macht und kraft der finsternis herbei ja so habe ich mir das vorgestellt sollte das vermutlich nicht verraten aber lord chaos ist am anfälligsten wenn er sich ausruht ja das habe ich auch schon ausgenutzt ja so wait a moment please ich müsste mal noch jemand einsetzen der hatte noch genug lebensenergie aber ich müsste auch mal voomer einsetzen ja er hat mir geflüstert er wollte gerne mal mitspielen da möchte ich es nicht verwehren ich gab dir alles chaos lasse dich von diesen elenden skylander die besiegen riechen überhaupt so ist doch schon erledigt die geschichte hier konnte nicht mehr aussprechen schon war es erledigt ok das war wirklich easy die rissmaschine ist einsatzbereit ok legen wir los das ist kaputt haha haha msi herr herr den vollstelligen totalen sieg und ihr kämpft immer noch rau zu eurem und wir sie a 8 76 achsen okay nicht der wahnsinn Lord Chaos, bitte! Du kannst das alles noch verhindern! Merrischer Troll, er hört nur auf mich. Ist das nicht so, Chaos? Siehst du das, Glammshakes? So behandelt man seine Schergen. Nun gut, Chaos. Zerstöre die Rissmaschine und mache ihre Hoffnung endgültig zunichte. Tja, Kaylee, das ist wohl deine letzte Chance, mir deine Liebe zu gestehen. Mir geht's gut. Mir auch. Wir flinden mal wieder, ey. Chaos, was hast du getan? Niemand sagt Chaos, was er tun soll, außer Chaos. Das bin ich. Ich bin er und du bist geschickt. Achter! Wowli, komm zu glauben, der Kleine hat's geschafft. Äh, vielleicht sollten wir uns verabschieden. Komm jetzt, Glammshakes! Wir gehen! Gleich hinter dir, Lord Chaos. Ich gehe nicht zurück. Das Universum ist mein. Das wirst du mir büßen, Chaos. Niemand verrät die Finsternis. Chaos! Chaos! Das nenne ich ein großartiges Ende. Du hast den Skylandern sehr geholfen, neuer Kumpel-Chaos. Nimm deine Enchilada-Finger von mir, du Narr. Ich will nicht dein Kumpel. Ich liebe ihn. Hier spricht euer Captain. Gut festhalten, Leute, es wird Zeit für ein super episches Mega- Oh, das schwagt schon. Skylanders Superchargers. Yo, die Kredits. Präsidents, huha, wala. Ja, da hab ich mein Intelliviertes gesehen. Hm, ähm, gehen wir. Hahahaha. Oh, ich hab wieder verrückt. Ops. Hier könnte ich nicht besiegen, Narren. Die Skylands sind verloren. Das Universum ist mein. Fürchte nicht. Gehorcht mir. Das ist uns dann noch nicht vorbei. Ich bin die Finsternis. Stille jetzt, Portalmeister. Stille jetzt, Portalmeister. Die Finsternis ist frei. Du musst einen Weg finden, sie zu besiegen, bevor sie entkommt und alle Welten bedrohen kann. Alles, was du bisher gelernt hast, hat dich auf diesen Moment vorbereitet. Die bösartige Herrschaft der Finsternis muss enden oder wir sind alle verloren. Dein größter Kampf erwartet dich, Portalmeister. Hahaha. Hahaha. Okay, falscher Fahrzeug, das passt doch ernstchen, direkt mal, sagen wir mal, Pause zu machen. Äh, okay, Pause kann ich jetzt nicht drücken, hm. Äh, weil ich habe ja Kapitel 49 und 50 gemacht, ich wusste jetzt nicht, dass es weitergeht, äh, okay, ähm, vielleicht doch, ähm, ja, aber Kapitel 51 und danach die Akademie wird wohl 52 sein, da ist jetzt Frauchen dran, also das bleibt für mich jetzt nur noch zu sagen, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, schaltet beim nächsten Mal wieder rein, kommentieren nicht vergessen, abonnieren, vorlegen, damit ihr die nächsten Videos nicht verpassen tut und dann habt mal einen schönen Tag weiterhin, ne, also, ciao, ciao, sagt hiermit euer Dicke Bell. Äh, Akademie kann ich jetzt nicht zurückgehen, okay, dann, ja, ciao, ciao.